Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung auch nochmal von meiner Seite. Ich nehme jetzt doch nochmal kurz Bezug auf die Diskussion, die wir gerade hatten. Eine anekdotische Bemerkung dazu. Ich bin Jahrgang 1964. Das ist die breiteste Stelle in diesem Sack, von dem Sie sprachen. Und was wir uns eben ja auch so ein bisschen gefragt haben, wann wird alles besser? Wann gibt es auch andere Mehrheiten? Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, die Jahrgänge, die jetzt in einer bestimmten Lebenssituation sind, haben auch ganz andere Interessen und sind derzeit auch politisch bestimmend. Die anekdotische Bemerkung von meiner Seite. Als im Sekundärbildungssystem, an dem ich teilhaben durfte, der Platz eng wurde, weil wir ja so ein breiter Jahrgang waren, wurden Mobilbauklassen errichtet. Denn die ernsthafte Errichtung eines Schulgebäudes oder ein Erweiterungsbau hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Und ich laufe eigentlich so ein bisschen mit der Sicht durchs Leben. So ähnlich wird auch mein Pflegeplatz in 30 Jahren, wenn ich so alt werde, aussehen. Das heißt, ich habe die Perspektive, dass diese Mehrheiten irgendwann bröckeln, auch wenn wir nicht schon alle verschieden sind, aber trotzdem irgendwann Bewegung in dieses System kommt. Wahrscheinlich noch nicht zu dieser Bundestagswahl. Das Wunschkonzert wird so weitergehen, aber wahrscheinlich dann danach. Ja, reden wir aber über die Corona-Krise. Wir haben schwere Zeiten auch hinter uns. Insofern muss man, denke ich, zurückschauen. Deswegen haben wir im Titel ja auch das Wort Rückspiegel mit dabei. Wir müssen auf das zurückschauen, was wir hinter uns haben und uns die Frage stellen, an welchem Punkt wir auch angekommen sind, damit wir beantworten können, wie es weitergeht. Rückspiegel, das ist auch eine Formulierung, die wir im Vorfeld der Veranstaltung gewählt haben. Das war im Frühjahr. Da hatten wir alle noch so die Perspektive, die Impfung kommt, die Impfung nimmt an Breite ein. Und irgendwann haben wir dieses Thema tatsächlich zu den Akten gelegt. Ich glaube, wir haben im Moment eine Mischung aus beiden Gefühlen. Wir haben das Schlimmste hinter uns. Aber trotzdem auch das Bewusstsein, Corona ist nicht vorbei und wird wahrscheinlich so schnell auch nicht vorbeigehen und uns in irgendeiner Art und Weise auch eben als pandemisches Geschehen auf jeden Fall weiter beschäftigen. Ich will zunächst bei der Frage anfangen, welche Lehren können wir bisher eigentlich ziehen nach dem, was wir jetzt an 16 Monaten Erfahrung gesammelt haben seit Pandemieausbruch? Wie ist der bisherige Verlauf und wie stellt sich die Situation dar? Folgendes Bild. Ich fange an mit der Verwundbarkeit, die wir erlebt haben. Das heißt natürlich zunächst einmal Verwundbarkeit im gesundheitlichen Bereich. Das waren existenzielle Fragen, die uns zu Pandemiebeginnender beschäftigt haben. Fragen nach einer etwaig drohenden Triage. Fragen nach Kontaktbeschränkungen wirklich sehr harter Natur mit den unendlich engsten Angehörigen, die über viele Wochen, Monate notwendig waren. Das waren sehr harte Zeiten. Das war ein sehr starkes Verunsicherungsgefühl, das uns alle umgetrieben hat in dieser Zeit. Und ich denke, das wirkt nach. Ich habe hier eine Klammer drumherum gesetzt und dann zwei Schlagworte hintendran gesetzt. Infrastruktur und Klima. Und ich denke, wir müssen dieses pandemische Geschehen auch ein bisschen in Kontext setzen zu Entwicklungen, die ich jetzt in Stichwort noch mal kurz anführen will, die in den vergangenen Monaten eingetreten sind. Im März hatten wir einen Großtanker im Suezkanal, der uns für uns plötzlich die Frage aufwarf, sind die Lieferbeziehungen, die sowieso schon angespannt genug sind, jetzt völlig außer Rand und Band geraten, wenn der Suezkanal über längere Zeit verstopft sein sollte? Sollte Schiffsnahme ever given, für manche vielleicht auch schon wieder aus dem kollektiven Gedächtnis ein bisschen verschwunden, aber damals für kurze Zeit eine existenzielle Frage und eine, die sich meines Erachtens eben rückkoppelt an das, was wir heute auch noch Tag für Tag erleben. Wir reden über drastische Engpässe bei Vormaterialien, die überall auftauchen, über Schiffe, die vor Häfen liegen, nicht abgewickelt werden können, insbesondere auch im Fernost derzeit. Das sind nach wie vor schwerwiegende Probleme. Wir hatten einen Ransomware-Angriff auf die Colonial Pipeline in den USA, die die Benzinversorgung in weiten Teilen der USA drohte, in Mitleidenschaft ernsthaft zu ziehen. Das war im Mai, wo dann an die Hacker am Ende Lösegeld bezahlt werden musste. Auch das zähle ich mit zur Infrastruktur und auch zu unserer Anfälligkeit aus Vernetzungsstrukturen heraus, die sich uns aufgezeigt hat in den letzten Monaten. Und letzter Fall, sehr final liegender, dann jetzt im Juli das Hochwasser, wo wir dann beim Thema Klima- und Starkwetterereignisse wären, deren Häufigkeit mutmaßlich zunimmt und bei vielen ein starkes Verunsicherungsgefühl hinterlassen hat. Also ich bette dieses Corona-Geschehen ein bisschen ein in das, was wir auch auf anderen Feldern oder in Zusammenwirken mit Corona sehen, in ein durchaus ernsthaftes Gefühl der Verwundbarkeit, das uns so in den Jahren vor Corona nicht präsent war. Und meine These dazu wäre, das wirkt nach, auch wenn wir die schweren Pandemie-Rahmenbedingungen jetzt den wirklich harten Teil, was die Beschränkungen und Ähnliches angeht, hinter uns haben. Zweite Lehre zur Vernetzung. Das bleibt immer ambivalent. Wer wollte jetzt wirklich autonom werden? Diese Anreize sind da, wenn die Masken nicht geliefert werden aus Fernost, wiederum Frühzeit der Pandemie. Na, da müssen wir selber Kapazitäten herstellen, um sie hier herstellen zu können. Wir wissen aber auch, wenn wir es tun würden, würde das teuer. Das ist ein ineffizienter Weg. Also von daher schwingt da so miteinander mit. Wir sind durch die Vernetzung, auch durch eine viel intensivere Vernetzung in Geschäftsbeziehungen, im Reiseverkehr, was das pandemische Geschehen angeht, viel verletzlicher geworden. Da geht es dann auch darüber nachzudenken, welchen Umfang das eigentlich haben sollte. Aber die Antwort kann auch nicht sein, das müssen wir alles zusammenstreichen und wir müssen jetzt in unserem eigenen Silo leben. Das wäre auch der falsche Weg. Aber diese Ambivalenz beim Stichwort Vernetzung, auch die bleibt meines Erachtens. Dann stellt sich für mich die Frage, ich habe es schon angesprochen, das Schlimmste haben wir hinter uns. Der Schock liegt hinter uns, den wir im letzten Frühjahr hatten. Aber der Schock, was Beschränkungen und was die Wiederherstellung von Bewegungsmöglichkeiten angeht, der hat zum Teil auch ganz schön lange gedauert. Und nach meinem Verständnis an vielen Stellen so lange, dass das nicht einfach, wie es anfangs diskutiert worden ist, ein Schock, nachdem man sich wieder erholt ist, nachdem man überhaupt zur Normalität zurückkehren kann, sondern ein Schock, in dessen Gefolge sich auch wirklich Gewohnheiten verändert haben. Mal plakativ gefragt, wann haben Sie zuletzt nach einem Theaterbesuch die Freunde, mit denen Sie dort waren, gefragt, und gehen wir noch was trinken? Zumindest, wenn jemand es in den letzten Monaten erlebt hat, dürfte es deutlich seltener gewesen sein oder mit entsprechendem Palava darüber, wie außergewöhnlich das sei, dass man das jetzt wieder machen könne, verbunden. Also ich glaube, das liegt eben immerhin 16 Monate hinter uns, dass wir solche Erfahrungen vorher gemacht haben. Und das hat auch mit uns allen was gemacht. Letzte Lehre, einseitige Strategien. Wir haben eingangs von Corona viel darüber diskutiert, was ist der richtige Weg. Wir haben nach Fernost geguckt, No-Covid-Strategien. Wir haben ein bisschen erschrocken, sagen wir mal als Kontrapunkt dagegen, nach Brasilien geguckt. Möglichst rasche Herstellung der Herdenimmunität und vollkommene Ignoranz dem Thema gegenüber. Beides hat nicht zum Erfolg geführt. Wir sehen, in Australien wird das jetzt zurückgenommen. Warum hat das nicht zum Erfolg geführt? Weil wir wieder im Kontext Vernetzung, Globalisierung uns bewegen. Ein einzelner Nationalstaat kann gar nicht eine eigene Strategie entwickeln, die so einseitig auf das eine oder andere Merkmal setzt, sondern Australien kann sich fernhalten über etliche Monate, wird dann aber nach jetzt fast anderthalb Jahren immer noch feststellen, dass Covid nicht aus der Welt ist und es keinen Ausgang aus dieser No-Covid-Strategie gibt. Und dann ist die Lösung eben doch nur, dass man die Erkrankung auch sich ins Land holt, notgedrungen, und dass man gleichzeitig bei der Impfung hinterherhängt. Also je extremer man den Weg vorher in der einen oder anderen Richtung gegangen ist, umso mehr Folgeprobleme hat man im späteren Verlauf. Ich denke, das sieht man an dieser Stelle. Gleichzeitig sage ich aber auch, es gibt, glaube ich, nicht den, es hat für Europa wahrscheinlich nie diesen Weg der No-Covid-Strategie gegeben, weil wir einfach nicht so isoliert leben, schon von den geografischen Verhältnissen, wie die Australier das beispielsweise tun. Aber einseitige Strategien funktionieren nicht. Es geht darum, mit Covid zu leben und mit dem, was davon bleibt. Und viele Unsicherheiten, die sich darum auch noch ranken, Gibt es eine Fluchtmutation, sodass die bekannten Impfstoffe dann irgendwann nicht mehr wirken? Wie schnell ist ein neuer dann wieder verfügbar? Diese Fragen bleiben im Raum stehen. Aus ökonomischer Sicht drei Überlegungen noch dazu. Die Unsicherheit in der ersten Pandemiezeit war außergewöhnlich. Ich bin jetzt 25 Jahre bis 30 Jahre in diesem Geschehen dabei, als Volkswirt Prognosen zu erstellen. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt, in der in so kurzer Zeit Halbwertszeiten von Prognosen verfallen sind, verschiedene Szenarien gegenübergestellt worden sind. Das war im Wochenrhythmus eingangs, als wir im März damit begannen, kontinuierlich uns zu überlegen, wo ist eigentlich, wo setzen wir an, was erwarten wir? Und es war auch deswegen schwierig, überhaupt den richtigen Zugang zu finden. Nicht nur die Prognosen hatten eine kurze Halbwertszeit, sondern der Ansatz, mit dem man sich dem Thema genähert hat, war eigentlich auch falsch im Rückblick. Die meisten haben geguckt nach kurzfristigen Aktivitätsindikatoren, die alternativ vorliegen sollten, weil die etablierten Indikatoren nicht vorlagen oder keine sinnvollen Antworten gaben oder viel zu spät nur vorgelegen hätten. Und man hat versucht, eben Aktivitätsniveaus in den besonders betroffenen Sektoren zu ermitteln und dann zu gucken, was das an BIP-Minderung bringt. Aber das ist ein sehr auf den Zeitpunkt und nicht auf Entwicklungen fokussierte Betrachtungsweise. Und die war falsch. Exemplarisch für uns in der Berliner Sparkasse. Wir haben am Anfang gesagt, Berlin muss überdurchschnittlich betroffen sein. Wir haben so viel Tourismus in der Stadt. Wir sind so stark angewiesen auf Reiseverkehr und Ähnliches. Und dann haben wir jetzt im März uns die BIP-Zahlen zu Gemüte geführt im Bundesländervergleich und festgestellt, Berlin ist mit am besten durch die Krise gekommen, mit einer Schrumpfungsrate von nur etwas mehr als drei Prozent verglichen mit dem Bund. Wir haben völlig unterschätzt, welche Eigendynamik auch diese Verlagerungen, die mit dem Einschränken von Aktivitäten in bestimmten Bereichen in andere Bereiche verbunden waren und wo wir da haben profitieren können. Zweiter Punkt, Forderung nach Resilienz. Ein sehr prominenter Kollege aus meinem Fach, wenn ich ihn als Kollege so vereinnahmen darf, der Markus Brunermeyer, hat gerade ein Buch herausgebracht, wo er sich um das ökonomisch mit dem Thema Resilienz in der Gesellschaft auseinandersetzt. Ein Punkt, den ich von dort mitnehme, Resilienz. Und das rührt jetzt so ein bisschen wieder auf die Diskussion, die wir vorhin schon geführt haben, steht immer in einem konfliktorischen Verhältnis mit Effizienz. Wir können uns um mehr Resilienz, also sozusagen das Glätten von Schwankungen, von solchen Ereignissen, wie wir sie jetzt erlebt haben, nicht so stark betroffen zu sein, schneller eine Antwort darauf zu haben. Wir können Sicherungsmechanismen dafür aufbauen. Aber das wird uns etwas kosten und das wird uns Effizienz kosten. Lagerhaltung ist vernachlässigt worden. Just-in-Time-Produktion war das Gebot der Stunde früher. Das rächt sich in diesem Moment. Die Antwort kann sein, mehr Lager halten, wird aber kosten. Und da Effizienz uns dann auch immer Wachstumspunkte kosten wird, gehen uns am Ende auch wieder Kapazitäten verloren, mit denen wir solche Schwankungen, wenn sie denn kommen, sie sind in gewisser Weise unvermeidlich, sie werden eines Tages kommen. Es ist Natur, habe ich von Ihnen noch im Ohr. Da kann man zum Teil einfach nichts gegen machen. Sie werden wieder kommen. Dann hat man weniger Kapazität, das allein von der wirtschaftlichen Masse her aufzufinden. Brunner-Meyer argumentiert mit sogenannten Kipppunkten, wo eine Abwärtsbewegung sich so stark selbst beschleunigt, dass man sie außer Kontrolle verliert. Und die Gefahr, einen solchen Kipppunkt zu erreichen, ist natürlich größer, wenn man einen Wachstumspfad hat, der flacher in die Zukunft reicht. Dann stößt man eher an eine Situation, wo man in eine Abwärtsspirale geraten kann. Also von daher gilt es, das immer sorgfältig auszutarieren, diese Forderung nach Resilienz und gleichzeitig die Effizienz nicht aus dem Blick zu verlieren. Und letzte Bemerkung ökonomisch zu dem, was wir erlebt haben. Diese Krise ist nicht nur größer. Man mag sich ja darüber streiten von den BIP-Auswirkungen, was jetzt schlimmer war, die Finanzkrise oder das, was wir jetzt erlebt haben. Aber sie ist in erster Linie mal ganz anders als das, was wir vorher erlebt haben. Warum ist sie ganz anders? Das sind zwei Beispiele. Wir haben im Verlauf der Krise stark darüber gesprochen, dass die Industrie viel schneller aufholt, dass die Industrie in der Summe auch weniger betroffen ist, als der Dienstleistungsbereich, der nachhaltig getroffen ist. Das sind wir aus anderen Krisen nicht gewohnt. Jede andere Krise hat sich immer erst mal über den Industriesektor ihr zyklisches Moment geholt und dann mittelbar das gedämpft auf den Dienstleistungssektor hat ausstrahlen lassen. Diesmal war es umgekehrt. Da sind wir wieder bei der Frage, wie kann man Prognosen machen? Dienstleistungsindikatoren liegen verspätet und nur in gröberer Periodizität vor. Da ergeben solche Probleme daraus. Wir hatten das Datenmaterial einfach nicht dafür, für den Dienstleistungsbereich, um da wirklich gut nachgucken zu können an dieser Stelle. Das war der erste Punkt. Manche Indikatoren sind vollkommen widersinnig geworden. Je stärker der Lockdown war, das wäre mein zweites Beispiel, umso mehr sanken die Arbeitslosenquoten in vielen europäischen Staaten. Warum? Weil die Leute sich gar nicht mehr arbeitslos melden konnten, denn dazu gehört eine Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt überhaupt nachzuweisen. Es gab aber ganz andere Gründe, warum die plötzlich zu Hause bleiben mussten. Entweder, weil sie sich um Familienangehörige kümmern mussten, weil sie Sorge vor Ansteckung in ihrem Tätigkeitsfeld hatten und ähnliches. Die standen also einfach nicht zur Verfügung und haben sich in dem Sinne nicht arbeitslos melden können. Der Anstieg der Arbeitslosenquoten ist also nicht nur dadurch gedämpft worden, dass wir dieses wunderschöne Instrument der Kurzarbeit hatten, sondern auch dadurch, dass klassische Arbeitslosigkeit, so wie wir es gewohnt waren, gar nicht mehr erfasst wurde. Also da hat die Krise vieles verändert. Wo stehen wir nun heute tatsächlich? Ich komme zum zweiten Bild. Ich kündige an, wenn mich die Zeitregie das zu Ende führen lässt, es sind insgesamt sieben solche Diagramme, die Sie jetzt sehen werden über die nächste Zeit und anhand derer ich ein bisschen was kundtun möchte zu dem, wie ich das Krisengeschehen jetzt einschätze und die Entwicklung danach. Sie sehen einen Buchstabensalat in der roten Überschrift. Das ist die Frühzeit der Pandemie, wo wir uns gefragt haben, welches Szenario liegt jetzt eigentlich vor uns? Also es ist ja einfach die BIP-Entwicklung hier, die graue Kurve, konstanten Preisen angegeben in Milliarden Euro. Sie sehen den starken Absacker im zweiten Quartal 2020 nach unten. Und aus diesem Verlauf der Kurve kann man versuchen, sozusagen den Buchstaben zuzuordnen. Das war das 1x1 in der frühen Krisenzeit, als man sich fragte, welcher Verlauf des BIP steht nun eigentlich vor uns. Das V, also die Erholung, sehr schnell und dann sind wir bei der alten Normalität, fallen wir runter und bleiben da, wo wir hingefallen sind. Also das L, kommen wir später wieder hoch, aber eben erst verzögert und machen aus dem L ein U. Oder gibt es ein Double-Dip, also wir erholen uns erst mal ein bisschen, fallen dann aber wieder zurück, dann hätten wir ein W. Und das K, er schließt sich erst mal so nicht, aber gründet genau daran, an dem, was ich vorhin schon mal sagte, diese Divergenz zwischen Industrie- und Dienstleistungsbereich. Es gibt Bereiche, die erholen sich wieder und kommen auf die Füße. Das wäre die Industrie, das ist dann der obere Zweig des K. Und es gibt Bereiche der Wirtschaft, die tun das nicht und das ist dann der untere. Wenn ich jetzt den BIP-Verlauf mir anschaue, kann ich sagen, ich kann aufhören im dritten Quartal 2020, habe eine spontane Erholung und sage, das war ein V. Dann wissen wir aber alle, wir hatten auch eine dritte Welle, es gab einen zweiten Dip im ersten Quartal 2020. Gott sei Dank nicht mehr so tief wie der vorherige, nehmen alles zusammen und sagt, es war ein W. Ich kann aber auch sagen, ich ignoriere mal das zweite Quartal, weil es ein Ausreißer war. Dann bin ich runtergefallen und komme seitdem eigentlich nicht mehr voran. Dann bin ich beim L. Vielleicht wird daraus irgendwann ja mal ein U. Also diese Frage ist immer noch nicht richtig entschieden, will ich damit sagen, in welchem Szenario wir eigentlich unterwegs sind. Die Situation bleibt unsicher. Festzuhalten ist, wir liegen heute jedenfalls immer noch etwas mehr als drei Prozentpunkte unter dem BIP-Stand, viertes Quartal 2019, Situation vor Corona. Und eigentlich müssten wir ja nicht nur einfach diesen Stand wieder erreichen wollen, das wäre ja Stagnation, wer wäre damit schon zufrieden? Also wollen wir doch eigentlich so weiter wachsen, wie wir es vorher gewohnt waren. Und wenn ich den Trend darüber lege, dann sind wir mehr als fünf Prozentpunkte unter dem. Das ist hier die hellgraue Linie. Sie sehen auch den Hoffnungsmechanismus. Es ist natürlich vielleicht ein bisschen besser, als wir es jetzt im zweiten Quartal bisher nur in den Büchern stehen haben, was die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung angeht. Und das sehen wir auch so ein bisschen schon vorangekündigt im IFO-Geschäftsklimaindex, den ich hier rot darüber gelegt habe. Der ist seitdem noch ordentlich weiter gestiegen. Sie sehen aber auch, der hat leider einen Knick am jüngsten Ende. Und der IFO-Geschäftsklimaindex hat ja immer zwei Komponenten. Da werden die Unternehmen nach der Lageeinschätzung gefragt und nach den Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Und der hat diesen Knick, weil vor allem die Erwartungen jetzt wieder nach unten gehen. Da ist das Thema vierte Welle drin, wie wird der nächste Winter etc. Also von daher, das kann ich jetzt positiv oder negativ finden. Ich weiß es nach wie vor nicht so genau, wie weit wir eigentlich weitergekommen sind. Zweites Bild von sieben. Es ist schon mysteriös bei dem, was ich jetzt vorhin zur Industrie gesagt habe, wie gut die wieder aus den Federn gekommen ist nach diesem Tiefschlag im letzten Jahr, dass seit Jahresanfang da nichts mehr gelingen will. Wir kennen die Erklärung. Ich habe es auch, das ist glaube ich die berühmteste Zahl, die vom IFO im Moment im Umlauf ist. Diese fast zwei Drittel der Unternehmen, die sagen, wir haben Probleme mit Vormaterialien und das ist ein ernsthaftes Produktionshemmnis. Also da haben wir die Erklärung schon dafür. Aber ich habe extra nochmal in diese Grafik auch die Finanzkrise mit reingenommen, um gegenüberzustellen, wie waren vergleichbare Verhältnisse eigentlich 2008, 2009. Und Sie sehen die Bewegung der Indikatoren, die hier dargestellt sind. Das ist zum einen die Industrieproduktion, das zweite der Auftragseingangsindex. Die war schon vergleichbar, aber so eine Schere zwischen beiden, die kennen wir bisher nicht. Und nun kann ich auch wieder, wie eben beim IFO sagen, die rote Kurve ist immer die gute, die schon weiter oben ist und die soll uns ja Hoffnung machen. Aber meine Antwort ist, die rote Kurve ist vielleicht auch nur da oben, weil die andere so weit unten ist. Denn was ist die Lehre, die die Unternehmen im Moment daraus ziehen, wenn sie Schwierigkeiten mit Lagerhaltung haben? Schneller, frühzeitiger auf Vorrat bestellen. Das steckt mit in dieser roten Kurve drin und erklärt diesen Anstieg. Den darf man also in dem Umfang, wie die Zahlen auch gerade gestern nochmal gemeldet worden sind, das ist der letzte Ausreißer da nach oben, nicht so ernst nehmen. Das ist schon eine ernsthafte Divergenz und etwas Divergenz zwischen beiden Größen. Und ich habe es jetzt mal ein bisschen überspitzt und einfach nochmal daran erinnert, vorhin fiel ja auch schon mal, wir sind, glaube ich, nicht wirklich seit 2018 in der Rezession, was den BIP-Verlauf angeht, aber wir haben ernsthafte Probleme, schon seit 2018 vor Corona. Und das habe ich hier in dem Produktionsindex nochmal dargestellt. Der fällt nämlich schon seit Jahresanfang 2018 und der fällt mit einer Rate aufs Jahr hochgerechnet von 4%. Das ist auch nicht eben wenig. Und bisher, heute Morgen sind neue Produktionszahlen gemeldet worden, für den Juli immerhin plus 1%. Das ist jetzt nicht die Welt, aber meinen Ausreißer noch in die Gegenrichtung. Das ist hier noch nicht in der Grafik drin, aber in den bisherigen Monaten liegen wir eigentlich genau auf diesem Abwärtstrend. Also wir haben uns wieder an diesen Trend angenähert und kommen seitdem nicht von ihm weg. Und das ist, denke ich, schon ein beunruhigendes Signal. Und deswegen habe ich eine zweite, nicht so imposante IFO-Zahl hier auf der linken Seite noch daneben geschrieben. Es ist eben nicht nur so, dass die Unternehmen sagen, wir haben gerade ein Problem mit Vormaterialien. Das kriegt man ja vielleicht irgendwann in den Griff, wenn die Lagerhaltung wieder funktioniert und solche Friktionen ausgeräumt sind. Sondern wir haben auch ein Problem mit der Rekrutierung von Personal. Und die Zahl fällt nicht so aus dem Rahmen. Die bewegt sich noch in den Regionen früherer Spitzenwerte, die da auch mal erreicht worden ist. Aber sie ist eben sehr hoch und sie steigt an. Und das heißt, auch hier sehen wir meines Erachtens noch Nachwehen der Pandemie, dass das immer schwerer fällt. Oder auch der Demografie, die als Trend mit dahinter liegt, dass die Rahmenbedingungen für uns, alte Wachstumstrends zu halten, eben auch schwieriger werden. Schon mal gänzlich unabhängig von der Pandemie und die jetzt noch erschwerend hinzukommt. Dann möchte ich doch ein bisschen Hoffnung machen mit dem nächsten Bild, was die Frage angeht, wie eklatant ist denn jetzt eigentlich die Lagerhaltungssituation? Sie sehen hier graue Säulen, in denen abgetragen ist, wie die Lagerhaltung selbst in absoluten Beträgen sich von Quartal zu Quartal verändert hat. Also auf Lageraufbau oder Lagerabbau stattgefunden hat. Und Sie sehen, wir hatten bis zur Krise eher Lageraufbau. Im ersten Quartal auch noch mal wahrscheinlich ersten Quartal 2020 ein bisschen unfreiwillig, weil die Nachfrage schon ein bisschen bröckelte zum Ende hin und die Beschaffung noch so lief wie vorher auch. Dann im Zuge der Pandemie deutlichen Lagerabbau und jetzt im ersten Halbjahr wieder ein Lagerzuwachs. Ich sehe da jetzt erstmal einen gewissen Konflikt zu der Aussage, zwei Drittel der Unternehmen sagen, wir haben keine Vormaterialien. Aber es gibt trotzdem eine Erklärung, denn es geht da ja immer um kritische Grüter, die die Produktion so behindern, dass sie nicht zu Ende geführt werden kann. Aber andere Beschaffung ist ja wohl weitergetrieben worden und führt das mit nach oben. Der Wachstumsbeitrag war immens, fast zwei Prozentpunkte im ersten Quartal ist nicht korrigiert worden. Das ist die rote Kurve hier abgeführt, also was die Veränderung der Lagerhaltungsänderung von Quartal zu Quartal zum BEP-Wachstum beigetragen hat. Das war substanziell und ich trage Ihnen jetzt noch die Importveränderungsraten dazu vor. Die waren über die ersten beiden Quartale sechs Prozent. Spiegelbildlich dazu, die der Exporte nur um zwei Prozent. Sechs Prozent ist eine ganz anständige Rate für ein halbes Jahr an Zuwachs. Das ist, sagen wir mal, aus der goldenen Zeit der stetigen Handelsmehrung, Außenhandelsmehrung, ein eher hoher Wert sogar. Das heißt, auch importseitig hat die Beschaffung durchaus funktioniert. Dieser Prozess ist schon im Gange, dass man die Vorratshaltung eher auf Vorsichtsprinzip umstellt und sich in den Unternehmen deutlich darauf vorbereitet. Für den Wachstumsausblick ist das jetzt zum einen die Hoffnung, ja, da wird sich was bessern in nächster Zeit. Der Prozentsatz der Unternehmen wird vielleicht nicht mehr bei zwei Drittel liegen, die solche Probleme sehen. Das will ich hoffen. Aber aus der Lagerhaltung kommt mit Erholung der eigentlich dann stattfindende Anstieg, zusätzliche Wachstumsschub auch aus mehr Lagerhaltung, dann wohl nicht mehr, sondern vielleicht eher sogar eine gegenläufige Korrektur. Also das ist so ein bisschen der Wehmutstropfen für die nächsten Quartale, wenn wir uns viel versprechen, vielleicht von einem Konsumwachstum, dass das nicht begleitet wird, auch auf der Lagerhaltungsseite und das ein oder andere BIP-Prozentchen uns an der Stelle wieder verloren geht. Viertes Bild, da komme ich zum Konsum und das ist die maßgebliche Größe im Moment, die eigentlich alles beeinflusst. Schauen Sie erstmal nur auf den inneren Ring in diesem Diagramm. Da sind die guten Verhältnisse des Jahres 2019 abgebildet. Wie hat sich der Inlandsverbrauch auf die einzelnen Komponenten verteilt? Einfach nach Prozentsätzen. Also in der Gastronomie und Beherbergung bei gastgewerblichen Dienstleistungen insgesamt, beispielsweise das dunkelrote Feld oben, 5,5 Prozent der Verbrauchsausgaben im Inland waren darauf zurückzuführen. Ich habe das jetzt alles so nicht nach der normalen Anordnung gruppiert, sondern nach den Sektoren, die verloren haben oder den Wirtschaftsbereichen, die verloren haben. Das ist alles das, was rot-gelb ist. Und denen, die dazu gewonnen haben, das sind die nachfolgenden Blau und Grau. Und in der Legende sehen Sie, das sind die alten Bekannten, die häufig jetzt angesprochen werden, Freizeit, Unterhaltung, Verkehr, Kommunikation. Etwas ungünstig, aber in dieser Grobgliederung nicht anders verfügbar, weil Kommunikation hat profitiert, Verkehr hat gelitten. Da kommen also Pro und Contra in der Gruppe zusammen, die da eigentlich nach dieser Aufstellung nicht richtig hingehören würden. Und der Bekleidungsbereich als vierter Betroffener, der herbe Einbußen hat hinnehmen müssen. Die Prozentsätze sehen jetzt gar nicht so außergewöhnlich aus. 5,5 auf 2,8 sind es, glaube ich. Also jedenfalls ungefähr die Hälfte eingebüßt. Und genau in diesem Begriff, ungefähr die Hälfte eingebüßt vom Anteil, steckt die Dramatik, die wir gesehen haben. Und die bis heute, obwohl das zweite Quartal schon eins mit Wachstum im Privatverbrauch war, und zwar mit deutlichen Wachstum gegenüber vor Quartal, mehr als drei Prozentpunkte nach oben gegangen, sind wir immer noch in einer Situation im zweiten Quartal 2021, die sich so substanziell von der Normalität bis ins Jahr 2019 unterscheidet. Die Frage ist, wird das jetzt alles besser? Ja, es wird zum Teil besser, wie wir gleich anhand des nächsten Bildes sehen werden, weil schon im zweiten Quartal mehr Steigerung angelegt war. Aber wir haben eben deutliche Schrumpfungen im privaten Verbrauch hinter uns. Wir liegen noch 6,5 Prozentpunkte im Inlandskonsum unter dem, was wir 2019 hatten. Und wenn wir noch das hinzunehmen, was über den Auslandsreiseverkehr maßgeblich mit hinzukommt, also dem gesamten privaten Verbrauch mit Blick auf das BIP dann gegenüberstellen, ist der Verlust sogar noch größer, sind wir bei fast 8 Prozentpunkten Rückgang gegenüber der Realität von 2019. Ich rechne damit, dass wir im dritten Quartal eine Steigerung von fast 6 Prozent im privaten Verbrauch haben werden, dass wir danach aber immer noch 2,5 Prozentpunkte unter der Wirklichkeit von 2019 liegen und dass danach das Wachstum auch eher schwächer wird. Wir starren immer auf die Sparquote. Wir waren vor der Krise gewöhnt, die liegt der Privathaushalte, sie liegt bei 11 Prozent. Sie ist im letzten Jahr im Schnitt auf 16 Prozent gestiegen. Wir hatten auch schon mal eine Spitze bei 20 Prozent. Die haben wir dann wieder gesehen im ersten Quartal. Und wir sind im zweiten Quartal auf 16 Prozentpunkte zurück. Also immer noch, sagen wir mal, im Durchschnitt des Jahres 2020. Die wird nun also ein bisschen weiter zurückgehen. Die sollte sich auch normalisieren, eher in Richtung 11 Prozent wieder annähern, aber meines Erachtens nicht ganz darauf zurückfallen, denn ich habe es eingangs angesprochen, ich sehe noch nicht, dass wir so nach dem Theater wieder in die Kneipe gehen, spontan mit unseren Freunden, wie wir es vorher gewohnt waren. Da wird ein bisschen Minderung bleiben. Alles wird wieder umstellen können. Und wenn wir uns das Schönste ausmalen mit Blick auf diese Konsumsteigerung, dann bleibt noch ein Faktor mit zu berücksichtigen. Wir haben diese wahnsinnige Ausweitung der Sparquote auf 16 Prozent unter anderem auch deswegen realisiert im letzten Jahr, weil sich die Austauschverhältnisse im Außenhandel für Deutschland sehr viel günstiger dargestellt haben. Wir haben an Kaufkraft gewonnen durch das Verhältnis von Import zu Ausfuhrpreisen um mehr als zwei Prozentpunkte. Das hat die Einkommen der Inländer gestärkt. Das Vorzeichen im Jahr 2021, Sie müssen nur auf die Inflationsrate gucken, hat sich umgedreht. Wahrscheinlich etwa in der Größenordnung im Jahresdurchschnitt von anderthalb Prozentpunkten. Das heißt, im Vorjahresvergleich fehlen uns da gute dreieinhalb Prozentpunkte allein durch Veränderung der Austauschverhältnisse im Außenhandel. Wer sich also das Blaue vom Himmel malt, was da an Wachstumsschub dadurch kommt, dass sich der Konsum normalisiert, vergisst, dass der Konsum jetzt einfach teurer zu bezahlen ist. Er war sensationell günstig im letzten Jahr. Er ist zurück zur Normalität gekehrt. Das ist aber eine deutliche Steigerung gegenüber Vorjahr. Das erleben wir ja in den Inflationszahlen, die im Moment gemeldet werden. Wie versprochen, das nächste Bild, das Hoffnung macht und zeigt, dass es ja schon besser war, auch im zweiten Quartal. Gucken wir auf den kritischen Sektor, Beherbergung und Gastronomie, die ja am stärksten geditten haben und noch am tiefsten unter den alten Ständen lagen. Das sind hier die fettgedruckten Kurven unten, die die Umsatzindizes zeigen in diesen Branchen. Da sehen Sie im April und Mai schon einen, vor allem im Mai, einen ganz leicht steigenden Verlauf und einen sehr stark ansteigenden Verlauf im Juni. Wenn wir nur das mitnehmen ins dritte Quartal, dann haben wir schon die 5 oder 6 Prozent Konsumsteigerung, von denen ich eben sprach, für das zweite Quartal. Daran macht sich diese Hoffnung fest. Das heißt, das ist nicht die Zuversicht, dass jetzt alles komplett anders wird. Und Sie sehen es auch da in den IFO-Indizes, denen wieder gegenübergestellt. Das sind die blassen Kurven da drüber. Auch da fängt es schon wieder an zu kippen. Der bange Blick auf den nächsten Winter, ob man anders eine andere Performance hinlegt, als man sie im letzten Sommer schon einmal gesehen hat, als sich die Lage kurzfristig stark gebessert hat und man danach wieder zurückfiel. Diese Frage ist noch unbeantwortet. Ich würde nicht sagen, dass wir auf die alten Tiefs zurückfallen. Ich würde aber auch sagen, selbst bei dem Stand, den wir im Juni erreicht haben, sind wir, wenn wir aufs Jahr 2019 zurückgucken, noch um einiges von dem entfernt, was wir früher gewohnt waren. Und ich sehe nicht so die klare Perspektive, dass wir tatsächlich die fehlenden Prozente da noch schnell aufholen können. Letztes Bild zur Konsumentwicklung. Das ist eine richtige Zumutung für Sie. Ein wildes Durcheinander von irgendwelchen Datenpunkten. Ich will versuchen, da ein bisschen Erklärung reinzubringen. Schauen Sie erst mal wieder nur auf die Farben bzw. auf das, was dargestellt wird. Fangen wir vielleicht damit an. Das ist der GfK Konsumentenvertrauensindex und zwar mit zwei wesentlichen Komponenten. Das eine ist die Einkommenserwartung, die die Verbraucher haben. Das zweite ist ihre Bereitschaft, größere Anschaffungen zu tätigen. Das sind zwei Fragen, die im Zusammenhang mit dieser Erhebung immer gestellt werden. Und beide Antworten werden hier sozusagen im Kontext als Datenpunkt dargestellt. Also nehmen wir mal in dem Zyklus, den ich hier Abschwung genannt habe, einen unteren gelben Punkt heraus. Dann haben wir einen positiven Saldo bei der Einkommenserwartung. Erwartung habe ich hier einen Pointer an dieser Stelle beispielsweise, aber eine unterdurchschnittliche Bereitschaft zu größeren Anschaffungen gleichzeitig dem gegenübergestellt. Alles, was rot ist, jetzt kommen wir zu den Farben, ist der Vergleich Finanzkrise 2007, 2008 und 2009. Und alles, was blau und grau ist, sind die letzten Jahre, also vor der Pandemie und jetzt danach. Und meines Erachtens ist interessant, dass wir eine gegenläufige Drehung in diesem Index haben. Normalerweise zieht die Bereitschaft, größere Anschaffungen zu tätigen, schon ein bisschen im Vorfeld an. Und dann wird das noch unterstützt durch eine wirkliche Verbesserung der Einkommenssituation mit anziehender Konjunktur, mehr Arbeitsplatzsicherheit, verbesserten Erwartungen der Konsumenten an dieser Stelle. Deswegen sind die Skalen hier so angeordnet, dass man wirklich eine Uhr herausbekommt, die sich im Konjunkturverlauf im Uhrzeigersinn dreht. Das war 2007, 2008 und 2009 auch tatsächlich der Fall, bis wir dann tatsächlich am Ende der roten Kurve im Jahr 2010 im Boomquadranten auch gelandet sind, dunkelrot. Übrigens eingangs diese etwas hohen Werte bei der Anschaffungsneigung, die sind noch verfälscht, dadurch, dass wir im Wechsel vom Jahr 2006 auf 2007 eine Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland um drei Prozentpunkte hatten. Deswegen war sozusagen die Torschlusspanik, jetzt noch Anschaffungen zu tätigen, gegen Jahresende 2006 noch sehr hoch. Deswegen haben wir da eine sehr hohe Anschaffungsneigung gesehen, die dann sehr rapide zu Jahresbeginn verfallen ist. Und so ähnlich können wir auch diese Ausreißer hier um die Jahreswende 2020-21 interpretieren, wo wir die temporäre Mehrwertsteuerabsenkung hatten, wo auch einige gesagt haben, das ist jetzt Ende 2020 noch mal eine gute Gelegenheit zum Einkaufen. Und das fließt in den Antworten mit ein. Kernaussage für mich ist, auf die ich hinaus will, ist, die Kurve dreht sich jetzt andersrum. Also es ist uns gelungen, die Einkommenserwartungen zu stabilisieren, auch mit Blick auf die Arbeitsmarktzahlen, die uns im Moment von Monat zu Monat positiv überraschen. Das trägt mit dazu bei. Aber da wäre ich dann wieder beim Punkt, wo sind die Gewohnheiten, wo ist die Bereitschaft, jetzt mehr Ausgaben zu tätigen. Vielleicht ist all das, was einem einfällt, schon an extra Ausgabe getätigt worden. Jeder hat den Heimtrainer schon zu Hause, einen neuen Bildschirm. Und all das, was man im Homeoffice-Zeitalter da so ganz gut brauchen kann. Und die Bereitschaft, da jetzt noch nachzulegen, ist nicht mehr so außergewöhnlich. Und man vermisst eher die Gelegenheiten und auch die Ungezwungenheit und die Spontanität, die noch fehlt, auch wenn die eigentlichen Beschränkungen schon aufgehoben sind. Und da stehe ich zum Beispiel ein bisschen in Opposition zu dem, was die Bundesbank Mitte des Jahres veröffentlicht hat. Die hat sich auf Panel-Befragungen bezogen und gesagt, wenn wir uns umhören unter den Privathaushalten und fragen, warum geben sie denn weniger aus? Dann antworten die meisten ja, weil es Beschränkungen gibt. Und dann gibt es auch ein paar, die sagen, ich könnte mich ja anstecken, wenn ich mehr konsumiere, also lasse ich das lieber bleiben. Aber der Schwerpunkt liegt schon eindeutig an der Stelle. Und die Bundesbank argumentiert dann, sobald die Restriktionen weg sind, wird sich ja das Ausgabeverhalten normalisieren. Und ich bin der Meinung, da hat man vielleicht auch die falsche Frage gestellt und gesagt, sehen Sie denn entsprechende Gelegenheiten zum Einkaufen, zum Konsumieren, vor allem ja zum Konsum von Dienstleistungen in Gesellschaft, so wie das vor der Pandemie der Fall ist. Und ich denke, da sind wir, auch wenn wir der Normalität ein ganzes Stück näher gerückt sind, gleichzeitig noch ein ganzes Stück von hier entfernt. Ich sehe noch keine nervösen Handzeichen und dann rede ich noch ein bisschen weiter. Ich hätte nämlich noch ein Bild, das ja noch aussteht und auch noch eine Textfolie, die dann schon in Richtung Fazit geht. Also wo gehen wir denn jetzt hin nach der Pandemie? Wie sieht die nächste Zeit aus? Drei Rubriken will ich anführen. Mehr Kosten, die nach der Pandemie entstehen und gleichzeitig ein beschränktes Angebot. Und dann gibt es so diese gegenüberstehenden Thesen. Was bleibt nach dieser Pandemie? These eins, vor allem eine Narbenbildung, also dauerhafte Wunden, die wir davontragen oder die Pandemie als Innovationstreiber. Beides ist nicht falsch. Die Frage ist, in welchem Verhältnis es zueinander steht. Zunächst noch mal kurz zu den Kosten, zu Lieferungen und zur geforderten Vergrößerung von Lagerbeständen und dass das alles kosten wird, habe ich schon einiges gesagt, kann ich hier so einfach Sie kurz zur Kenntnis nehmen lassen. Dann habe ich versucht, mit einer etwas zwanghaften oder herbeigezwungenen Alliteration zu versuchen, die anderen Punkte zusammenzufassen. Prävention wird ein Thema bleiben und kostet. Zum Beispiel in der Gastronomie, weil Abstandsregeln einzuhalten sind. Nicht jeder Tisch kann besetzt werden. Das heißt, dasselbe Restaurant hat weniger Plätze. Das wird sich irgendwo auf die Kostenstruktur auswirken. Der zweite Punkt, auch schon angesprochen, Personalakquise. Also wie komme ich an geeignetes Personal? Und wird das noch dasselbe Gehalt fordern wie vorher? Auch das kennen wir stark aus der Gastronomie, wo etliche sagen, ich habe doch erlebt, dass in der Pandemie dieser Arbeitsplatz auch unsicher ist. Der kann schnell wieder weg sein. Zu den Konditionen, zu denen ich auch angestellt worden bin, kehre ich nicht zurück. Da muss mir mehr geliefert werden. Entweder mehr Sicherheit im Arbeitsvertrag oder aber auch ein höheres Gehalt. Auch das wird kosten. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Priorisierung. Vor allem mal gezielt in Richtung Gesundheitssystem. Also wir müssen an der einen oder anderen Stelle, das haben wir erlebt, mehr Geld aufwenden für Auffangmechanismen, für den Wiederholungsfall oder für einen ähnlich gelagerten Fall. Und auch das wird kosten. Die Narbenbildung. Punkt eins, die sogenannte Hysteresis, Nachwirkung der Krise. Das zielt vor allem auf Beschäftigungsstrukturen. Wenn sich Beschäftigungsstrukturen stark verändern, gibt es auch viele Beschäftigte, die das falsche Qualifikationsprofil mitbringen. Nach so einem starken Abfall, das haben wir auch 2008, 2009 erlebt, dauert es, bis all die da freigesetzten Mitarbeiter tatsächlich wieder einen neuen, adäquaten Job gefunden haben. Die BIP-Erholung geht etwas schneller als der Stellenaufbau. Das kann ein harziger Prozess sein. Das haben wir auch im Nachgang der Finanzkrise erlebt. Und das wird uns jetzt auch wieder mit beschäftigen. Zweiter Punkt, die Verunsicherung allgemein. Dazu habe ich am Eingangs viel gesagt. Auch das wird bleiben. Vor allem der Blick auf die Investitionsbereitschaft in der Breite. Da kann ich dann den mahnenden Finger heben und sagen, es müsste eigentlich viel mehr passieren. Aber ich denke, auch Unternehmen haben durchaus, und diese Zurückhaltung beobachten wir, gute Gründe im Moment noch so ein bisschen auf dem Abwartemodus sich zu befinden und eher noch vor der nächsten Erweiterungsinvestition zu überlegen, ob das jetzt wirklich der richtige Schritt ist. Verlust von Zusammenhalt. Ich will da mal exemplarisch die jüngere Generation mit in den Blick nehmen. Ich habe selber zwei Söhne, die sich gerade durch die Universität oder eben nicht mehr durch die Universität schlagen, sondern auch da die meiste Zeit zu Hause verbringen, um aus der Ferne dem ganzen Geschehen noch zu folgen. Die fühlen sich schon abgehängt und ich würde sagen, das hat auch mit Perspektive auf deren Eintreten in den Arbeitsmarkt auch Nachwirkungen. Die werden verzögert, eher etwas desorientierter als ihre Jahrgangs, als die vorangegangenen Jahrgänge in den Arbeitsmarkt schreiten. Auch das wird uns als Nachwirkung beschäftigen. Allgemein Bildungsbereich. Ich habe noch ihr Bildung, Bildung, Bildung vor Augen. Das ist sowieso immer der Schwerpunkt und es hat sich in der Pandemie gezeigt, wir haben die Lücken und es werden Bildungslücken bleiben. Dieser Fernunterricht jetzt über mehr als ein Jahr, auch der hinterlässt Spuren. Da wird vielleicht formal im selben Jahr die Schule am Ende abgeschlossen, aber die Frage ist, mit welchem Kenntnisstand Schüler und Schülerinnen dann aus der Schule herauskommen und da werden wir Lücken sehen. Es ist auch schlicht und einfach Realität, dass manches Hotel, um es gleich plastisch zu machen, das in den letzten Jahren errichtet worden ist, vielleicht ein bisschen am Bedarf vorbei errichtet worden ist. Das will ich hier mal so als auch leicht anekdotische Eingebung wieder zu dem Ordnungspunkt hier, Fehlleitung von Kapital mit einbinden. Und dann wieder unter dem Gesichtspunkt Rückversicherung und Absicherung, die gut und wichtig war. Man darf nicht jeden in so einer außergewöhnlichen Situation gleich durch den Rost fallen lassen und nur auf die Eigenverantwortung setzen. Aber all diese Hilfen, die wir gewährleistet haben, Verzögerung von Insolvenzen, Aussetzung der Insolvenz, Anzeigepflicht und ähnliche Dinge haben eben auch strukturell zu einer Überschuldung nicht nur beim Staat, sondern auch in manchen Unternehmen mit beigetragen. Auch von Unternehmen, die vielleicht schon vorher ein nicht mehr ganz tragfähiges Geschäftsmodell hatten und das Momentum des Umwälzens auch im Unternehmensbereich, das hat uns zumindest mal für zwei Jahre schon mal gefehlt und auch das wird uns Wachstumsprozentpunkte kosten. Also soweit die negative Sicht, die positive Sicht oder vielleicht auch schlicht und einfach die realistische. Also diesen Realitäten muss man ins Auge blicken. Das heißt jetzt nicht, dass alles falsch war, was in diese Richtung getrieben worden ist, sondern dass das einfach Folgewirkungen der Pandemie sind, die eben dazu führen, dass der Wachstumspfad, so wie vorhin in dieser Bib-Grafik beschrieben, nicht einfach der alte sein wird, sondern wir auf niedrigerem Niveau, auf einen vermutlich flacheren Wachstumspfad im Trend dann kommen werden nach der Pandemie. Und nun gibt es eben die beiden Hoffnungsmacher. Das eine ist, natürlich war die Pandemie ein Katalysator für die Digitalisierung und daraus werden sich hoffentlich auch Produktivitätsfortschritte, werden sich daraus ableiten lassen. Und dann gibt es im Zuge der Pandemie, ich habe vorhin schon die Entwicklung der Beschäftigung mit angesprochen, im Zusammenhang mit solchen tiefen Krisen eben auch eine Umsortierung von Arbeitskräften. Auch da will ich mal gleich wieder plakativ rangehen und sagen, was heißt das konkret? Oder was könnte das konkret heißen? Wenn der ein oder andere Minijob studentischer Aushilfskräfte in der Zukunft vielleicht eher dazu führt, dass die nicht mehr verfügbar sind und man stattdessen in einem IT-Startup Werkstudent wird, dann wäre schon eine Menge gewonnen. Dann wäre sozusagen Beschäftigung umgelenkt in produktivere Bereiche und dann wäre das ein positiver Akzent in der Krisennachgeschichte, der uns mehr Wachstumspotenziale erschließt. Mehr Wachstum geht nur mit Investitionen und dann versuche ich noch so ein bisschen einen Schlüssel in Richtung der Kommunen zu finden, ganz zum Schluss, das letzte Bild, versprochen, zeigt nochmal die Investitionsentwicklung und vielleicht Kernbotschaft gleich in der Überschrift, die sind nicht unangenehm aufgefallen, anders als etwa 2008 und 2009, jedenfalls die privaten Investitionen damals, das ist die graue Kurve hier, natürlich kurzzeitig eingebrochen, aber ansonsten war der Einbruch jetzt sehr gedämpft. Es war aber auch kein Gegenpol zur Krise. Das wäre für mich der grobe Blick darauf und da würde man sich durchaus mehr wünschen und ich sehe öffentliche Investitionen, ist ja auch in Teilen hier schon angesprochen worden und private Investitionen als Tandem mit einem sehr großen und einem sehr kleinen Rad. Wenn wir auf die Größenverhältnisse gucken, achten Sie darauf, die rote Kurve liegt auf einer anderen Skala, rechts rot markiert, da sind die einzelnen Striche eine Milliarde auseinander und die graue Kurve liegt bei Strichen, die sechs Milliarden auseinander liegen. Das ist das größte Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Investitionen. Die öffentlichen Investitionen können es nicht richten, aber sie sind der Counterpart dafür, um auch private Investitionen mit zu ermutigen und von daher wünsche ich mir schon, dass da mehr stattfindet. Wir werden aus dem Kreis der Volkswirte im Sparkassenverbund demnächst ein Papier veröffentlichen, an dem ich selber übrigens nicht direkt beteiligt war. Ich habe es aber schon gesehen, für das ich hier schon mal ein bisschen werben möchte, dass noch mal Investitionen im öffentlichen und privaten Bereich sehr in den Fokus stellt und auch schon lobend erwähnt, dass das eine oder andere bei der Stärkung der kommunalen Finanzen ja schon geschehen ist, dass aber noch mehr passieren muss, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt nicht einfach mehr zu investieren im öffentlichen Bereich, sondern auch eine Verstetigung der Investitionen möglich zu machen. Das heißt, solide, stetige Finanzausstattung der Kommunen, nicht irgendwelche Ad-Hoc-Programme. Das ist eine der Forderungen, die da mit präsentiert wird, damit man auch an solche Dinge herangehen kann, wie Planungskapazitäten in den Kommunen, auch wirklich, weil man auf Sicht die Perspektive hat, diese Leute auch wirklich sinnvoll zu beschäftigen, dann auch wieder zu stärken, was in den letzten Jahren nicht passiert ist. Hier sind ja die Bruttoanlageinvestitionen der öffentlichen Hand dargestellt, insbesondere bei den Kommunen müssen wir ja feststellen, dass eine positive Entwicklung seit 2015 stattgefunden hat, auch wenn wir auf die Nettoanlageinvestitionen, also dann nach Abschreibungen schauen. Die positive Entwicklung sieht aber nur so weit, ist nur insoweit positiv, als aus stark negativen Beträgen jetzt Beträge nahe Null geworden sind. Also es gibt nicht mehr negative Nettoanlageinvestitionen. Und ein Punkt, den wir auch in diesem Papier festhalten, bei den Sachinvestitionen gibt es eine starke regionale Streuung innerhalb Deutschlands. Vor allem der Süden ist da viel stärker aufgestellt als der Rest. Und das liegt auch wieder an der Finanzausstattung der jeweiligen Kommunen, dass diese Gefälle da mit zustande kommt, auch an der Stelle wer gegenzusteuern. Das soll am Schluss so ein bisschen in Richtung, was sind Auswege, die ich auch insbesondere auf der kommunalen Seite sehe, um an unserer Lage etwas zu verändern, noch in den Raum gestellt sein. Und damit schließe ich wirklich. Applaus Ja, ja, ja. Schlipp Ja, ja. Vielen Dank.